Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Kingdom Hearts Final Mix. Wir müssen jetzt durch dieses Tor, was ihr da oben seht. Kairi! 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 Open your eyes! Es ist kein Problem. Das Mädchen hat ihr Herz verloren. Sie kann nicht aufzuhören. Was? Du bist... Du bist Riku? Die Kiehle kann nicht beendet werden, so lange die letzte Prinzessin des Herzens noch schlägt. Die Prinzessin? Kairi ist eine Prinzessin? Ja. Und ohne ihre Macht, die Kiehle wird nicht beendet. Es ist Zeit, sie sich aufzuhören. Wer bist du, lass Riku gehen! Gib ihm sein Herz zurück! Aber erst... Du musst die Prinzessin zurückbringen, ihr Herz. Die Prinzessin zurückbekommen. Slawin! Was? Was? Du hast nicht noch nicht gesehen? Die Prinzessin' Herz ist anwesstattet. Es ist schon dort dort. Kairi ist es in dir, in dir. Kairi... Kairi ist in mir? Ich weiß, was es gibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr Macht! Öffne die Tür! Liede mich in die allmählende Schmerz! Sora! Vergiss es! Es gibt keinen Weg, dass du Harrys Herz gehst! Gebashed! Und Donald gleich hinterher. Habt ihr ja gesehen. Ihr wisst... Eigentlich der ewigliche Wale, ne? Na gut, jetzt ist es Anzung. Aber der hat eigentlich... Ja, gleich die Fähigkeiten. Ha! Das ist es! Ja! Hier kommt's! Ja! Ja! Hier ist es! Alter! Die Attacke war mies. Die kam nämlich gerade zum falschen Zeitpunkt. Weil... Da konnte ich mich ja nicht heilen. Also ich war gut! Bis zum Schluss. Bei Scheiße. Machen wir's nochmal. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Ja... Das ist wirklich jetzt ein schlechter Scherz. Naja, aber... Der Kampf ist... ...schwer gewesen. Weil ich alleine war. Keiner, der mich jetzt... ...rechtzeitig noch heilen konnte. So, jetzt versuchen wir's nochmal. Gegen Arnsem. Na komm. Let's fight. Alter! Check das mal, alter! Alter! Ja! 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 Hier kommst du! Na! Alter! Ich werd schon so Stress haben, ey! Ja! 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 Ja, jetzt geht's dir an den Kragen, mein Freund. Alter, anzürmt. Hier weiche ich lieber nur aus. Alter, was... Alter! Das ist nicht jetzt mal... Das ist nicht passiert! Alter, der ist gut! Der ist awesome! Der ist zu stark! Für uns! Hey, ich bin Level 52! Mir wäre lieber, ich wäre 62! Soll ich's mal... Das riecht mich auf. Das ständige... Kann ich nicht einfach schon hier sein. Muss ich immer eine... Etage zurück sein oder so... Ich... Mach den platt! Und... Na komm! Also... Also... Der... Später anfängt so richtig abzugrehen... ...und... 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 Das ist die Wahrheit. Alter. Ja, geschafft. Das war's. Anthem erledigt. Sorry, dass ich da mal ein bisschen ruhig bin oder so. Ich muss mich da manchmal konzentrieren und... Ragnarok. Die Attacke hat Sinn sich. Riku! Die Kühle ist noch nicht fertig. Was können wir tun? Vielleicht müssen wir wenden Kyrie. Ich denke, du bist richtig. Ich denke, du kannst du dein Herz... Aber... Aber jetzt... Ich denke, du kannst du dein Herz... Ich denke, du kannst du... Ich denke, du kannst du dein Herz... Ich denke, du kannst du dein Herz... Ich denke, du kannst du dein Herz... sowie, du kannst du dich! Du spattest, du kannst du dein Herz... Sura! Was ist passiert? Falling... Falling... Into darkness... Sura? Are you really...? No... He can't be... I won't let him go! So... You have awakened at last, princess. The keyhole is now complete. You have served your purpose... But now it's over. Go back and move! Do you think we can stop him all by ourselves? I don't know. Impossible... No... You won't... Use me for this! Riku! You've got to run! The Harless are coming! What about the keyhole? Let's just get out of here! Tja! Haha, jetzt sind wir herzlos! Hu 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 hu. Wir sind ein Herzloser. Na 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 na. Das ist nicht gut. Warum sind wir ein Herzloser? Wir sind auf jeden Fall langsam. Hahaha. Aber es gibt Abkürzungen. Die haben schon drüber nachgedacht, was ist passiert, wenn wir hier schneller rausgehen. Zum Beispiel hier ist keine Lichtschranke. Aber können wir nicht lachen. Okay. Akzeptierig. Erka der Schwattfendi? Ich schaue mir das meistens nicht an. Übrigens, man kann verdammt gut abkürzen. Also mal hier runter springen. Dann springen wir hier runter. Und dann springen wir weiter runter. Jo. Ein bisschen runter. Und dann sind wir im Kerker. Ich finde es lustig, dass wir jetzt da sind, wo wir eigentlich nicht sein sollten. Hier. Ist eigentlich nicht der Ort, wo wir gleich sein werden. Das finde ich eh lustig. Weil wir eigentlich, der Entwickler hat damit gerechnet, dass man anders rausgeht. Sorry. Ähm. Kairi, schnell. Ich kann die beiden nicht zurücklassen. Wir können nicht hierbleiben. Hier nicht bleiben. Ein Herzloser verfolgt uns. Ja. Jetzt bin ich nämlich da. Eigentlich muss ich am Eingang stehen, wo die sind. Ich komme aber nicht um den. Äh, um ihn. Ah. Ja. Klar. Ja, jetzt stehe ich richtig. Hallo, ihr. Hallo, meine Freunde. Erkennt ihr mir nicht? Ich bin's. Zora. Oder? Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Zora? Das ist dich? Oh. This time, I'll protect you. Sora! Fiery! Fiery, danke. Sora! Sora! Go! Now! Come with us! I told you before, I'm not leaving without Belle. Now go! The Heartless are coming. Alright. Let's get out of here. Tell me what happened. So the darkness is flowing out of that keyhole. No wonder there are more and more Heartless everywhere. The only way to stop them is... Seal the keyhole, right? Maybe. But no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's keyblade must have been born of the captive princess's hearts. Just like that keyhole you saw. Of course, without Kyrie's heart, it remained incomplete. Once that keyblade was destroyed, the princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. Joa, jetzt sind wir wieder in der Stadt zurück. Zurück in Travest Town. Tja, und ich würde mal sagen... Bis zum nächsten Mal, ne? Dann werden wir in der Stadt mal ein bisschen wieder rumlaufen. Vielleicht gibt's hier sogar schon den Hardest Cup, den wir nicht machen können, weil wir schon zu schwach sind. Tja. Ich frag mich, kann man, wenn man die ersten 10 Gegner geschafft hat, wenigstens da wieder einsteigen? Ich denke schon, ne? Eigentlich müssten wir da wieder einsteigen, wenn wir verlieren sollten in den Kämpfen. Weil da sind ziemlich starke Gegner bei. Naja. Auf jeden Fall. Sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zveneta.